Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu The Long Dark mit mit dem Mr. Merp. Wir reisen immer noch zur, äh, verlassenen Kreuzung heißt das Ding, glaube ich. Aber das ist nur eine Zwischenstation, um unseren Weg ins, äh, Bergwerk hinein zu machen. Das ist momentan zumindest der Plan. Oder irgendjemand hat mir mal... Irgendjemand hat mir mal die Frage gestellt, warum ich denn mein Essen nicht esse. Dann würde es nicht so viel wiegen. Ja, ihr seht jetzt gerade eben, warum ich das nicht mache. Ich esse das Essen wirklich immer nur dann zum Schlafen, um wieder zu regenerieren, weil Lebenspunkte verliere ich sowieso. Und verhungern ist in The Long Dark tatsächlich noch der harmloseste Tod. Weil er einfach am längsten dauert. In echt übrigens auch. Also in echt ist es nicht harmlos, aber in echt dauert es... Verhungern dauert einfach länger als verdursten, als erfrieren. Das sind alles Dinge, die gehen der viel schneller. Äh, schade. Oh! Ich hatte gehofft, dass ich hier eine Lampe finde. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich hier schon mal eine Lampe gefunden hatte. Ich habe noch acht Stunden Tageslicht übrig. Ich schaue nur... Neun Minuten. Hä? Schau mal, hier ist ja echt gar nichts, oder? Kann das sein, dass hier wirklich gar nichts ist? Acht Grad. Ein sehr, sehr unsympathisches Haus, so wenig wie hier ist. Aber da sollten ja noch zwei sein. Allein der kleine Laden jetzt hier. Ich habe mich gerade total verklickt. Völlig falsch geklickt. Hier ist gar nichts. Ein Schokoriegel ist da. Streichhölzer! Ich fasse es einfach nicht. Sodas sind nicht so die Freunde von Apokalypse, wie mir es scheint. Denn sie liegen hier einfach mal so nicht rum. Mal ein Nähset. Vielleicht gibt es hier nochmal Stoff. Wobei ich da eher Zunde erwarten würde. Nochmal ein Buch. Wildnisküche. Ich würde da eher Zunde erwarten, weil so Geldscheine kannst du ja auch abfackeln, ne? So. Da ist natürlich nichts drin. Hier ertaubt schon wieder unser Handgelenk. Und ich nutze den Moment, um zum Beispiel nochmal ein bisschen hier was zu zerlegen. Das bringt uns nochmal ein bisschen Temperatur. Vier Grad hat es hier nur. Andere Haus ist deutlich wärmer. Also das Geschäft ist kein gutes, was Temperatur angeht. Was ich jetzt gleich noch machen muss, ist, ich werde hier Sachen so weit, ich kann zurücklassen. Ach, jetzt ist das Haus da drüben da. Das sind immer andere Häuser. Dafür werden die anderen beiden kaputt sein. Das sind die Bäumchen wechseldich Häuser hier. Ich gehe direkt rein. Ach, hier bin ich gerade mal hängen geblieben. Interessant. So, gibt's hier was Tolles? Wir fangen einfach an zu suchen. Immerhin verbannt. Habt ihr einen Dosenöffner? Ich fände das so toll. Ich fände das so toll. Naja. Wir gucken einfach. Ich sehe es schon kommen. Wir haben jede Menge Konserven, werden sie nicht aufmachen können. Da werden wir auch kein Dosenöffner finden. Da sucht ihr jetzt schon mal länger. War eine höhere Wahrscheinlichkeit, was zu finden. Aber die Wahrscheinlichkeit trollt uns gerade eben. Ich hab das Gefühl, wir finden hier gar nichts. Boah, die ganze Küche ist einfach nur ein Trauerspiel. Ja, die ist einfach nur ein Trauerspiel. Ach, ist das herrlich, wenn man einfach mal gar nichts findet. Kühlschrank. Stimmt, haben wir noch nicht geguckt. Es kleppert. Aber was kleppert? Da ist doch nichts drin. Du guckst rein. Du stellst fest, da ist nichts. Was muss man da kleppern? Als ob der Kühlschrank eine doppelte Wand hätte. Ist da unten noch was? Nope. Nope. Habe ich schon nope gesagt? Ich hoffe ja. Boah, das war das nützlichste Haus aller Zeiten bis jetzt. Oh, es liegt Zeitungspapier rum. Und immerhin ein bisschen Wasser. Aber ansonsten war dieses Haus hier der blanke Reinfall. Da ist noch was. Immerhin nochmal ein Verband. Oh, ein Antiseptikum. Okay. Darüber hatte ich mir auch schon Sorgen gemacht. Dass wir das auch noch nicht hatten. Hm, wir haben momentan ein Problem. Ihr werdet es nicht fassen, aber wir haben ein Problem. Wir sind so müde. Wir sind so müde. Und deswegen können wir heute nicht mehr da hoch. Aber wir schauen uns natürlich erstmal noch tapfer um. und nehmen mit, was wir mitnehmen können. Da liegt nochmal ein bisschen Holz. Jawoll, Brandbeschleuniger. Dinge, die uns irgendwann das Leben retten werden. Wie lange brauche ich? 45 Minuten mit bloßen Händen. Eine Stunde. Ich habe eh nichts mehr zu tun. Und ich muss mich aufwärmen. Und weiß der Geier, vielleicht versteckt sich dahinter ja was, ne? Aber scheinbar nicht. Hier versteckt sich... Oh, warte mal. Zeitungspapier. Mann, ich bin nicht sicher, dass ich viel mehr verbringe. Hm, ich glaube, ich muss dich auch bald hinlegen. Keine Sorge, wir gucken uns bloß jetzt mal noch das Auto hier an. Auch nix. Ich gucke schon gar nicht mehr unter diesen Klappen oder den Blenden, weil... Ist doch eh nix drin. Tja. Ich glaube, ich lege mal einfach ein paar Sachen hier ab, oder? Sodass man sie halt hier findet. Ich brauche jetzt ja keine 15 Holz. Also... Einfach mal weg mit. Ansonsten... Wir haben erschreckend wenig gefunden. Möchte ich mal an der Stelle festhalten. Wir haben noch vier Stunden Tageslicht. Die möchte ich eigentlich auch gar nicht ausgenutzt haben. Ich habe gerade dämlich nach oben geguckt. So, Moment. Hier unten gibt es doch sicherlich nur ein, zwei Dinge, die wir jetzt kurz mal noch sammeln können, solange wir Tageslicht haben. Minus 14 Grad ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als tödliche Temperatur bezeichne. Auch wenn ich hier gerade eben eine Sichtweite habe von gefühlt zwei Metern. So, hier, dieser Ort wird von uns jetzt hier... Oh, da, da haben wir doch Dinge. Genau diese Dinge, jawoll. Genau diese Dinge suchen wir doch. Bartflechten, Gedöns. Ich hoffe, wir werden es nie brauchen. Auf der anderen Seite, ich benutze es lieber, bevor ich ganz tot bin. Also, dann doch lieber den Wolfs- oder Bärenangriff ganz knapp überleben. So, aber ich glaube fast, dass wir da auch ein paar Dinge einfach da lassen müssen. Wir haben schon so viel davon. Das wird halt langsam aber sicher ein nennenswertes Gewicht. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir tragen gerade mal erst 20 Kilo mit uns rum. Also, alles ist relativ. So, lecker Schmecker. Alles her. Sonst holt sich das ganze Zeug der Bär oder so. Ich will jetzt gar nicht so weit weg hier von der Stelle. Deswegen gucke ich jetzt hier nur im direkten Umfeld. Was wir sammeln können. Wir ermüden sowieso jetzt schon total. Weiteren Sprint mache ich jetzt gar nicht erst. Jetzt klappt die Dame in sich zusammen. Und Müdigkeit ist dann halt schon ein bisschen tödlicher als zum Beispiel nur Hunger. Da ist Müdigkeit deutlich unangenehmer. So, ich glaube, wir haben einiges. Ich weiß nicht, ob wir alles haben, aber wir haben auf jeden Fall einiges. Deswegen schleppen wir uns jetzt wieder da hoch. Stimmt doch gar nicht. Sie darf ja gleich was trinken. Aber eigentlich geht es uns gerade immer überraschend gut. Ich möchte das an der Stelle betonen. Weil Worst-Case-Szenarien ausgeblieben sind bis jetzt. Das Worst-Case-Szenario wäre jetzt, dass uns jetzt ein Wolf hier den Weg rein versperrt. Das wäre ein Worst-Case-Szenario. Aber wir sind schon wieder drin. Ja, 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 und jetzt wird es auch wieder warm. Äh, was haben wir denn jetzt eigentlich? Hier jede Menge gedöhnt. Ähm, also ich möchte auf jeden Fall jetzt hier nicht. Wobei, das wiegt gar nicht so viel. Das wiegt gar nicht so viel. Das denkt, das meint man bloß. Ich gehe schon mal Richtung Bett. So, Moment. Äh, Dinge, die ich tun will. Genau, sowas hier schrauben. Wir haben, glaube ich, genügend, um da ein oder zwei davon... Äh, eins wenigstens konnten wir herstellen. Das ist doch schön. Ähm, jetzt sollten wir was trinken. Hat das Ding hier eigentlich einen Ofen? Ich glaube nicht, ne? Ne, ohne Kamin. Haus ohne Kamin. Und im Übrigen auch ohne Dosenöffner. Ich finde das... Ich kann das gar nicht genug betonen. Das enttäuscht mich menschlich. Diese Leute hier haben ohne Dosenöffner gelebt. Das sorgt in mir noch im Nachhinein für Mitleid. Und Ekel. Beides gleichzeitig. Äh, äh, da ist nichts drunter. Ich wollte nur nochmal gucken. Ja, wir sind jetzt total erschöpft. Wir haben aber noch drei Stunden. Was machen wir, wenn wir dann wieder aufwachen? Ich weiß es nicht. Erstmal auf jeden Fall... Essen. Und dann ziehen wir weiter am nächsten Tag. Wie gesagt, auf 800 möchte ich mindestens kommen. Passt. War nochmal ein bisschen durstig. Jetzt pennen wir halt einfach. Warte, wir können glaube ich sogar jetzt zwölf Stunden pennen. Mach ich. Ist halt das Problem, du kriegst halt saudurst dabei. Ja, aber... Irgendwas ist ja immer... So. Trink. 95% ist doch schon ein super Zustand. So, wir tun jetzt mal noch zwei Stunden... ...Karten spielen. Oder warte mal, mal eine Stunde. Dann dürfte es gar schon wieder hell werden. Jo. Jetzt müssen wir eigentlich nur... Boah, wie arg gerade eben... Habt ihr das gesehen? Guck mal, wie arg... ...das runter geht. Du kannst ja zugucken, wie das ausgeruht runter geht. Wir machen ja gar nichts. Was ist denn da los? Gibt es daran, dass ich nichts gegessen habe? Oder zieht das noch runter vom anderen? Vom Spielen? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das war ja gerade... Kurios. Okay, auf zur... Ähm... Mine. Minus 26 Grad. Das Wetter ist gut. Ich möchte dieses Mal... ...ein bisschen mutiger voranschreiten. Oder was heißt mutiger? Es ist einfach... ...ein bisschen mehr zocken. Ich hoffe, dass wir da jetzt hochkommen. Ohne Wolf, ohne Bär. Und deswegen die Abkürzung nehmen können. Das wäre fantastisch. Oh Gott, dass der Bär... ...also viel zum Thema ohne Bär. Aber er hat uns nicht gesehen. Wie mir scheint. Er hat uns nicht gesehen. Nee, hat er nicht. Ich schaue mich trotzdem paranoid um. Die Krähen machen mich gerade kirre. Man hört die Krähen, aber man weiß nicht, sind es die Krähen oder es ist ein Wolf. Zumindest geht es mir so. Irgendwo da vorne geht es denn jetzt gleich rechts hoch. Und schon wieder sind wir ganz taub vor Kälte. Aber... Boah, wir kommen diesmal wirklich gut durch. Boah, wir kommen diesmal wirklich gut durch. Ich bin begeistert. Es läuft gerade. Auch wenn wir jetzt schon wieder frieren. Der Kühlschrank ist... ...eine Kühlschrank ist... ...eine Kühlschrank. Nein, man nennt es nicht so kalt so kalt, sondern... ...einen weiteren Bartflechtenverband. Genau, das wollte ich sagen. Die Frau fällt mir gerade eben ständig ins Wort. Stimmt eigentlich gar nicht. Nur jetzt einmal. Aber egal. Und drin. Dunkel wie im Katzenpopo. Und wir schauen uns um. So, der Plan ist es... ...wie gehabt... ...Kohle mitzunehmen. Zum Glück habe ich noch gar keine gefunden. Da ist die erste. Die zweite. Dritte. Ich habe mich schon verlaufen. Da wollte ich gar nicht hin. Das ist ja der Weg. Ich wollte aber erstmal die Sackgasse nehmen. Ich habe natürlich nicht die Sackgasse genommen. Ich habe gleich den Weg genommen. Da ist noch eine. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So viel Kohle mitnehmen, wie geht. Wir werden schwer schleppen, wenn wir hier raus sind. Oh yeah. Eine Notfallspritze. Ein Werkzeug. Vor allem auch noch gleich das Qualitätswerkzeug. Das finde ich so krass. Das heißt, dass wir gleich das Qualitätswerkzeug kriegen. Und diese Kohle hätte ich übersehen, wenn wir jetzt nicht nochmal zurückgegangen wären. So. Läuft doch schon tausendmal besser. Wenn ich mal so ultimativ übertreiben darf. Ich bin echt am überlegen, ob wir nicht vielleicht tatsächlich doch zum Aussichtsturm gehen. Aber nur zum Aussichtsturm. Auf der anderen Map. Das könnte tatsächlich uns von Nutzen sein. Tja, die kleine Kohlesammeltour 2016. Hier gibt es nochmal eine Fackel. Das ist super. Ne, der braucht die Fackel definitiv nicht mehr, der Junge. Der hat hinter sich. Bin mal gespannt, wie viel Kohle wir nachher haben. Der Mensch rett immer der Kohle hinterher, ne? In Form von Brennstoff als auch von Geld. Nichts. Vor allem hier drin hat es auch 13 Grad. Also wir wärmen auch gerade eben schön auf. Das gehört zu den angenehmen Seiten dieser Höhlen. Problematisch ist halt, dass man diese Höhlen nicht... Dass es halt keine Betten gibt. Das ist halt das Problematische. Da ist nix drin. Spinnt. Ich gucke jetzt mal die Spinne durch, oder? Ne. Wo ich ihn gerade schon sehe, den kleinen Rucksack. Jawohl, was zum Essen. Wir brauchen bloß erstmal einen Dosenöffner. Verdammt nochmal. Immer noch keiner. Kein Messer, keine Axt, kein Dosenöffner. Schwierig mit Dosen. Oh, hier ist ne... ganze Brotkrumm-Spur von Kohle. Und ich sag's nochmal, ich fände es schön, wenn man die am Boden liegenden Hölzer, die einfach so umgefallen schon sind... Wenn man die auseinander nehmen könnte. Da geht's raus, das weiß ich. Da will ich aber noch gar nicht hin. Hallo, Kollege. Du siehst auch so aus, als ob du schon bessere Tage erlebt hättest. So. Wir sammeln einfach fröhlich weiter. Wir sind ja auch jetzt... Na, zu zwei Drittel gerade mal ist durch hier. Das ist der Hilfe-Set. Nope. Auch nicht. Da versteckt sich leider auch nichts dahinter. Ich frag mich, ob sich hinter den Teilen irgendwas versteckt. Also wenn, dann sieht man's nicht. Aber man weiß es ja nicht. Kann ich dahinter gucken? Ja, dahinter gucken kann ich, aber da ist trotzdem irgendwie nix zu sehen. Noch mehr Kohle. Nein, das wird nicht zu schwer, Mädel. Das bildest du dir nur ein. Wie gesagt, ich will noch gar nicht raus. Wenn ich jetzt versehentlich jetzt... Ah, das ist die falsche Richtung. Ich will die gesamte Höhle durchsucht haben mit der Kohle. Das heißt, wir müssen da nochmal runter und ja diese Kurve nehmen. Ich möchte nicht ein Stück hier zurücklassen. Ha, 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 ha. Wahnsinn, oder? Was hier rumliegt. Wenn ich jetzt gleich rausgehe, ins idyllische Tal... Ne, nicht ins idyllische Tal. Ihr wisst, wo ich hingehe. Das andere. Boah, wie viel Kohle. Ich frage mich, ob wir das auf Anhieb überhaupt transportieren können. So, ich glaube, ich kann... Ich weiß gar nicht, wie lange hält das Ding noch? Die Fackel wirkt schon ein bisschen ausgelaugt, ne? Ich habe jetzt schon bessere Tage gesehen. Ja, die hat jetzt gerade einmal für den Durchmarsch hier funktioniert. Boah, wie schwer muss das sein, ey, was wir hier schleppen? Mega. Streichhölzer. Sehr gut. Kann so weitergehen. Betone ich an dieser Stelle. Wir werden... Wir werden wirklich bedenklich langsam. Ich glaube echt, dass ich... Erstmal mache ich jetzt das Ding hier aus. Steckt das hier mit H weg? Wurde ja schon zweimal darauf hingewiesen, dass wir das mit H machen. 45 Kilo! Ja! Ablegen. Erstmal alles. Nimm mal nur zwei mit. Und dann geht's raus. Oh, und wir sind sowas von über die Zeit, liebe Leute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, tschüss und ade.